Hallo, ich heiße Dominik Hörnel und bin Autor von Tonika Fugata. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man mit Tonika Fugata schnell und einfach zu einer Melodie einen Tonsatz komponiert. Tonika Fugata komponiert im Stil eines Bachchorals, im romantischen Stil von Max Reger oder im modernen Jazz- oder Popstil. Los geht's! So komponieren Sie einen Tonsatz mit Tonika Fugata. Öffnen Sie ein neues Dokument. Legen Sie Tonart und Taktart fest. Geben Sie die Melodien einer beliebigen Stimme ein. Musik 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 Legen Sie den Auftakt fest und führen Sie eine Systemaufteilung aus. Kennzeichnen Sie bereits bei der Eingabe wichtige Abschnitte der Melodie durch Formaten. Wechseln Sie nun in den Modus Komponieren und wählen Sie im Kompositionsassistenten oben die Funktion Tonsatz aus. Stellen Sie darunter die Melodiestimme ein, in der Sie die Melodie eingegeben haben. Klicken Sie den Button Komponieren, lassen Sie sich die Komposition vorspielen und beurteilen Sie das Ergebnis. Musik Musik Um Modulationen für Abschnitte der Komposition vorzugeben, tragen Sie die gewünschten Modulationen in der Harmoniezeit Komponieren und klicken Sie erneut auf Komponieren. Musik Um ein anderes Ergebnis zu erhalten, ändern Sie die Kompositionseinstellungen, zum Beispiel den Harmonisierungsstil, und klicken Sie erneut auf Komponieren. Musik Am besten probieren Sie das selbst aus. Laden Sie jetzt die kostenlose Testversion von unserer Webseite herunter. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie den Abonnieren-Button. Musik Die Bühne frei, die Bühne frei, die Bühne frei. Musik Musik Musik